Hallo ihr Süßen, ein kurzer Quick-Tipp in eigener Sache, die liebe Joey und ich, wir haben uns zusammen getan und einen kleinen Blog gegründet, stylesister-fam, für Familie.com, .com.com und da wird, es gibt schon einen Artikel, wir haben schon ein paar andere geschrieben, aber das Internet mit seinen Rechten und Gesetzen macht es einem nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben. Also ist das Ganze noch ein bisschen im Aufbau, in der Findungsphase, aber es gibt schon einen Artikel bezüglich Deko und vielleicht habt ihr ja Lust, schon mal reinzuschauen und mit uns ein bisschen auf die Reise zu gehen und ja, wir haben einfach vor, da alles Mögliche zu posten, zu sammeln, was uns so auch interessiert, also es wird da zu Mode Sachen geben, zu Dekoartikeln, zu Dekoration an sich und alles, was uns so einfällt und vielleicht habt ihr ja Lust, wir würden uns sehr, 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 freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und uns auf diesem Weg begleitet und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr Vorschläge habt oder Tipps oder Tricks und ja, ich schreibe die Seite unten noch in die Infobox und hoffe, wir sehen uns dann da. Bis dann, ciao!